Ein herzliches Hallo aus der Fitness Factory. Ich bin Steffen und gemeinsam mit dem Jens wollen wir euch heute unser Hygienekonzept vorstellen. Das wichtigste beim Betreten des Studios ist der Mund- und Nasenschutz. Mund- und Nasenschutzbedeckung gilt bei uns auch in den Gängen. Am Gerät beim Training könnte die Maske den Mund- und Nasenschutz abnehmen. Wichtig dabei auch desinfizieren der Hände vor dem Betreten des Studios. Hände desinfizieren und des Weiteren haben wir unser kontaktloses Check-in-System. Mit dem TechnoGym Schlüssel checkt ihr euch an der Theke ein. Beim Verlassen des Studios checkt ihr euch wieder aus. Somit können wir eventuelle Infektionsketten nachvollziehen. Im Trainingsraum achten wir wirklich darauf, dass die Geräte 1,50 Meter auseinander stehen. Abgetrennt sind sie durch Paravans, die definitiv als Spuckschutz ziehen. Im Ausdauerbereich sind die Spuckschutzwände aufgebaut, Kabinen angefertigt für die Fahrräder. Wir achten darauf, dass im ganzen Studio die Fenster geöffnet sind, dass alle Aerosole aus den Räumen herausgehen. Stoßlüften alle anderthalb Stunden ist für uns Programm. Wichtig ist, nach dem Training, nach dem Benutzen dieser Geräte, ob Ausdauer- oder Kraftgeräte, werden wir diese Mikrofasertücher mit diesem Flächendesinfektionsmittel ganz stark tränken, womit jeder die Möglichkeit hat, nach dem Training die Maschinen wirklich zu desinfizieren, zu reinigen. Zum erweiterten Konzept gehören auch diese Vernebelungsmaschinen. Unser Trainerteam ist angehalten, nach dem Benutzen, oder wenn viele Leute im Studio waren, die Maschinen kalt zu vernebeln. Das heißt, der Nebel zieht dann in jede Ritze und somit ist das Gerät komplett hygienisch rein für euch. Ein wichtiger Hygienebereich ist natürlich unser Kursraum. Im Kursraum haben wir extra Kästchen für die Trainierenden eingezeichnet, damit der Abstand gewährleistet werden kann. Wir achten darauf, dass die Lüftung immer auf höchster Stufe läuft. Die Luft muss sauber sein und extra dafür angeschafft. Der Jens zeigt bitte einmal das CO2-Gerät. Diese Belastung wird von uns kontrolliert und somit ausgeschaltet, wenn es denn zu viel sein sollte. Viel Spaß! Besonders stolz sind wir auf unsere Luftreinigungsgeräte. 13 Stück im Studio, ausgerüstet mit HEPA-Filter und mit einem ultravioletten Licht. Des Weiteren, von uns betrieben, eine Kaltvernebelungsmaschine. Eingesetzt zweimal die Woche. Mit diesem Nebel wird das ganze Studio komplett desinfiziert.